Im Hangar 44 vereint sich jetzt Handwerk mit modernen Lehr- und Schulungsmethoden. In zweitägigen Wochenend-Intensivkursen zeigen wir Ihnen, wie Sie selbst die handwerkliche Seite Ihres Hobbys einen entscheidenden Schritt vorwärts bringen. In unseren Kursen begreifen Sie auch durch 3D-Animationen, wie sich das zu bearbeitende Material in welcher Situation verhält. Sie probieren und üben an vorbereiteten Werkstücken und schließlich am Oldtimer selbst. Wir zeigen Ihnen, wie Fehler entstehen, analysieren mit Ihnen die Ursache und zeigen Ihnen, wie Sie vermieden werden. Das Kursprogramm umfasst zum Beispiel die Bereiche Blech- und Karosseriearbeiten, Schweißen, Motorentechnik und Lackaufbereitung. Damit Sie wirklich selbst Hand anlegen können und das maximale Lernergebnis haben, begrenzen wir die Teilnehmerzahl auf 6 Personen. Sie haben ein bestimmtes Projekt im Auge, wie beispielsweise ein Motorradtank? Sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie gerne. Für Personal-Coaching-Kurse in noch kleineren Gruppen oder als Einzeltermin wenden Sie sich bitte an uns. Anhand der speziellen Hangar 44 Kurs DVD, die Sie am Ende der Veranstaltung bekommen, können Sie auch zu Hause die im Kurs erworbenen Kenntnisse weiter vertiefen. Denn wie wir nun haben Sie die Nouvelle Kurs